Ja hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde TTT. Ich darf begrüßen den Captain Puel, das liebe Öhrchen, den guten Echo Frequency, den guten Eltonno, den Hülfe, den Nico von Badaus Entertainment, also ich mag die Pixelgrafik. So, und mir natürlich, Dave Crow. Und einer hat schon geschummelt, einer ist gelaufen und hat sich eine Waffe geholt. So, wir spielen, wie ihr seht, in den Pokémon Tower. Ich hab genau gesehen, wie du da hingehört bist. Ja, Lavagna Tower, genau, sorry. Du kleiner Bescheißer. Die Map ist richtig eco. Echo, geh weg, Echo, geh weg. Wo geht's hier rauf? Wie kommt man denn hier raus? Äh, warte, warte, warte. Da. Röhrchen. Hier. Hier. Und da. Nee, da kommt man rauf. Nee, da hinten. Kommt man. Ganz, äh, also die... Wie kommt man da rein? Also die... Wie kommt man da rein? Die sind ganz, ganz doof. Detektiv, Hülfe, wie komm ich da rein? Ganz hoch verschwunden. 150 Pokémon. Ja, das sind wirklich die... Die zerschneide. Ach, die schade. Oh, die gehen kaputt. Richtig. Oh. Hä? Okay, springt nicht ins Wasser, Leute. Warum nicht? Hast du das auch... Guck mal, ne? Ich hätt schon auf dich schießen können, ne? Wir sind ganz alleine hier. Das... Ich vertrau dir. Das war einfach notwendig. Sonst hätten wir einfach nicht durchgehen können. Alter. Okay, die nehmen wir nicht mehr, die Garte, oder? Alter, die ist sowas von hässlich fett. Ja, hässlich ist die nicht. Ich finde, die ist nur ziemlich groß. Die Tür geht nicht auf. Ist vor allen Dingen ziemlich ungewöhnlich. Doch, du kannst dagegen laufen. Ja? Wir sind im Turm, deshalb. Ah, klar. Ja, dem Turm müsste es noch auskommen. Weil der Turm ist sehr eklig. Bei der Karte kriegst du Augenkrebs. Weiß, hier geht's nicht rein. Das ist halt eine alte Grafik. Beruhig dich mal, ey. Also, Nico, du sagst nicht ins Wasser gehen. Ne, ich bin instant gestorben. Warst du Traitor? Ne, ich feine. Das ist keine alte Grafik, da kriegst du aber dann auch... Kill by the world. Cool, draußen sieht's cool aus. Vor allen Dingen mit dem alten Song, ne? Wo die Kinder hier epileptische Anfälle gekümmt haben. Ja, ganz ehrlich, die Musik macht mir Angst. Ja, das ist bei Pokémon nun mal so. Pokémon soll Angst machen, okay. Ja, nein, hast du die ganzen Videos noch nie gesehen? Das ist alles so ein bisschen komisch. Kennt ihr dieses crackte Pokémon-Ding da mit dem komischen Geist? Käpt'n? Käpt'n, wer schießt da? Oh, da kam ich jetzt mal in der Tschechei. Ja. Und da gibt's ja immer diese Bazaare und da hat einer Videospiele verkauft und die hatten auch wirklich... Hilfe? ...Pokémon, die metallende Edition. Okay. Welche war das? Du, ich hab's... Nein, nein, du bist doch schon gestorben. Alter, ich hab alle Emotionen, ja? Ich weiß nicht, was jetzt gibt's. Ich hab hinten raufgeguckt... ...weil ich dem Nico ins Wasser gefolgt habe. ...und da war ein Bild... ...da war ein Bild von Pokémon blau, aber Monster von Dragon Quest-Montor... ...schuldig. Oh mein Gott, nicht schlecht. Okay, also so richtig assi, sagst du. So richtig ultra-low, ne? Ich hätt's mir kaufen sollen, glaub ich. Ja, das weiß ich nicht nötig. Nee, es gibt... ...es gibt da so... ...die nächste Versuche. Äh, das ist dann irgendwie ganz normal, aber du hast dann so... ...so'n... ...so'n komischen... ...so'n Geist halt bei dir... ...und mit dem kannst du irgendwie Leute dann... ...instant killen... ...aber... ...s ist nicht schick. ...aber ganz am Ende dann irgendwie... ...acht, gibt's ein Video zu? Alter, das ist so kacke, die kommen aus dem Nichtstil, Leute. Komm, 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 Tonno, komm hier raus. Nein, ich gehe wieder hin, wo du herkommst. Du willst nicht im Turm sein. Ich bin im Turm, ganz oben. Warum komm ich hier nicht raus? Die Karte ist gar nicht mal so schön, oder? Nee, die ist ziemlich schön, wundervoll. War einer schon mal aufm Friedhof? Ja. Ach, hier ist die Treppe. Wie kommt man da wieder raus? Die sind richtig versteckt. Ich stehe ab, ey. Wer ist das? Bist du? Warum gehst du auf Zehenspitzen? Wie kommt man da wieder raus? Also, Nico... Ja, Nico, komm mit Zehenspitzen. Wer ist das, wer ist das? So langsam gegangen gerade. Ich weiß nicht, ja... Weißt du, wo ich bin? Ja. Komm, komm. Hier, hier ist die Treppe. Guck mal, die ist ganz versteckt. Ich sing gleich den Nico-Song. Ich weiß nicht, was ich tue. Bin ich jetzt bei euch im Boden? Ja, hier bin ich. Hier, guck, hier bin ich. Oh Gott, hier geht's ja weiter. Ja, die Treppe ist immer ganz versteckt. Die nach oben, siehst du? Oder die nach unten. Ich weiß wieder, der Krebs hoch. Ähm... Nee, hier nicht. Jetzt mal gucken, da fehlen dann so ein paar Pizze auf dem Boden. Hier. Ich hab's. Ach so. Also, wie weit weg geht der denn hier? Oh, kannst gerne weiter. Der hat... Der hat fünf. Der hat fünf oder sechs Etagen, glaub ich, jetzt so. Das ist der Tonno. Okay. Da geht's wieder hoch. Sobald ich tot bin, weiß jeder, dass Echo das ist. Hier fehlt wieder irgendwo Pixel auf dem Boden. Boah. Der Ausgang. Okay. Da, hier. Ah! Oh, was ist das? Oh, was ist das? Echo. Öchen schießt, Öchen schießt. Dave? Okay. Jetzt stecken wir ineinander. Öchen war Traitor. Na toll. Das klingt jetzt sehr seltsam, wenn ihr das so sagt. Pjol, warte. Pjol, warte. Pjol, warte. Was machst du da? Was machst du da? Ah! Ich hab grad auf Schießen gedrückt. Ich wollte... Ich hatte jetzt... Die, bitch. Die, bitch. Ah, der Turm ist nicht so doll, ne? Nee. Nee, nicht so wirklich. Die Karte ist nicht so... Die ganze Karte ist nicht tolle. Die Stadt ging noch, fand ich. Aber ich find, das mit dem Turm ist so groß. Der Turm ist so groß. Ja. Das sollte man auch so gut es geht aus dem Turm rausgehen. Ach, ich bin wieder im Turm drin. Ja, ich auch. Also ich geh nicht mehr in den Turm rein. Aber ich weiß ja, wie's rausgeht. Ich auch. Ja, runter. Da ist der Turm. Oh, man kann sogar in den Markt reingehen, ne? Ja. Ja, ich weiß, du kannst überall reingehen. Hab ich grad... äh, fast überall. Sagen wir so. Hey, komm, willst du mit runter? ins Pokémon Center. Dann nicht. Hier ist ne Waffe. Ist egal. Hilfe, Hilfe. Ich brauch keine Waffe als Unschuldiger. Ja. God. Jetzt kommt er auf die Tour, ne? Ja, ja. Wattenlappen, ey. Kündigen. Innocent. Ich bin Detective. Ja gut, dann bräuch ich dich nicht abschießen. Oder vielleicht doch. Wo ist... Ach, da gehst du in den Turm rein. Ah, ey, sag mal. Oh. Hab ich mich erschrocken. Ach, Nico. Dich kann ich ja schießen. Egal. Scheiße. Also, wenn man zu zweit so ne Treppe runter... Nico spring ins Wasser. Neee. Ich spring ins Wasser, dann schieße ich dich. Ah. Ölchen verfolgt mich. Ey, oh, oh Gott. Ey, du zwingst mich grad... Du zwingst mich grad durchs Wasser, ne? Alter, wie seid ihr denn drauf? Nein. Überhaupt nicht. Ach, Mann. Da der Echo. Das wäre lustig gewesen. Aber wir sollten ihn aufs Korn nehmen. Nico ist immer eine gute Wahl. Ja, Nico ist meistens, ne? Oh. Aber Echo steht jetzt eigentlich ein bisschen lange bei mir. Aber haben wir nicht gesagt... Geben wir mal aus dem Weg Echo. Im Notfall ist es immer Salazar? Der ist ja nicht da. Weiß ich ja. Echo? Ansonsten ist es immer Tonno. Ja, ne, ist klar. Ich bin zwischen Echo und zwischen Padaus. Nee, ist Echo? Ja, auch. Von euch am Sandwich hab ich nie geträumt. Aber jetzt... Ich wieder durch, Nico. Nein! Eher von ihm am Sandwich, was? Du bist stolge, dass ich ihn erschieße und wenn er... Was? Schieß zurück! Ja! Ey! Ah! So, wartet. Oh, er war inno. Oh. Ey, ich war's nicht. Ich war's nicht. Warte, wer war das denn? Warte, wer war das denn? Also, ja! Wer war das? Nico? Ich warne dich. Nicht schießen. Wo seid ihr? Äh... Nico hat Örchen erschossen. Dann tötet Nico. Ich verlang's. Ich bin der Detective. Ich darf das verlangen. Oh! Das ist gut. Wenn ich ihn gleich sehe... Erschieße ihn. Boah, Detective. Mach mich nicht fertig, ey. Ja, ja, ja. Wo ist Nico? Nico? Ja, der rennt bestimmt irgendwo in den Häusern rum. Ja, hier nicht. Geht doch. Aber es kam mir auch sehr gut entgegen, dass Örchen Nico abschießen wollte. Warst du auch Traitor? Ja. Ich wusste es. Ich hab... Ich hab einen Misstrauen gehabt. Ach, Dave. Ich hab dir kurz da draußen. Nico, ich hätt' dich rausgekommen, ne? Aber du bist so gefährlich nah rangekommen, ne? Ja, natürlich. Das haben wir immer. Ah, Alter. Wir müssen die Map noch ein paar Runden ertragen. Ich find die Map cool, ehrlich gesagt. Ich find die Map cool, ehrlich gesagt. Ich könnte es auch erzwingen, dass wir den Map machen. Nein, nein, nein. Wir ziehen das jetzt durch. Das ziehen wir durch. Ich find die Map super. Also, ich mag die Map auch. Nur den Turm halt nicht. Niemand mag den Turm. Auch ein Pokémon selber mag niemand den Turm. Und niemand mag den Turm. Niemand mag den Turm. Richtig, Nico. Aber ansonsten. Wieder deine Mama Witze. Ganz toll. Ich hab' drauf gewartet. Nur weil meine Mutter nicht mitspielt? Ja, genau. Nur weil meine Mutter nicht mitspielt. Weil er sich auch immer im Turm starten muss, ist ja voll für'n Arsch. Ja, ich starte auch. Du startest nicht immer im Turm. Aber... Manchmal. Ja, aber manchmal. 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 Alter, hau' mal ab, Echo. Ein kleines bisschen. Haue, gang. Ich bin grad aus dem Haus rausgekommen. Toll, da ist nix drin. Ich bin mit Echo allein. Oh, Alter. Was ist da los hier? Ja, die bei mir nicht ganz grafisch angezeigt wird. Hallo. Geh mal runter von mir. Auch das hört sich nicht gut an. Hier ist ne Weiche. Oh, super endlich. Was? Raus aus dem scheiß Tor. Verdau' zwar ein Traitor. Oh, wer, wer ist das? Wer ist das? Ah, wer schießt das? Wo? Er war ein Traitor? Versuch deinen Niko zu finden. Versuch deinen Niko zu sehen. Okay, jetzt... Den Niko, hier erzähl bitte. Wer ist das hier? Ein Captain ist es äh... Weil bei Niko liegt kein Blut. Bei Niko liegt kein Blut, falls es jemanden aufgefallen ist. Oh. Oh. Echo? Ja, dann... Ich glaub ich weiß, woher es ist. Dave? Ich glaub der ist hier in der Tür drin. Was? In der Tür? In der Tür. Ja, der wird da... Will reingegangen sein. Ist das jetzt noch TTT? Da zielt jemand auf mich. Das ist Hilfe. Ich zieh doch gar nicht. Hilfe, Hilfe zielt auf mich. Oh, okay. Ja, der bist los. Ja, Hilfe ist es. Mach noch weiter. Okay, er redet. Aua. Ah. Ey, ey, ey. Geht, geht weg, geht weg. Oh. Ah, ah. Weg, weg, weg. Ach du. Was ist denn hier los? Was? Äh. Äh. Ah. Ah. Ah, das ist sauer. Ich bin auch nur steckengeblieben irgendwie. Ich konnte mich nicht bewegen. Ah. Oh. Oh, war das lustig. Inno, Inno, ich bin Inno. Hahaha. So sieht er aus. Okay, Echo ist bei mir. Gleich nichts mehr sagt. Hat aus einem Grund. Ah. Tadaa. Ja. Ah. Hat er wieder zwölf Runden drauf gewartet. Ja, nicht. Aber, aber Leute, ganz ehrlich. Ich sagte, er ist da im Haus drin. Wenn seine Leiche davor liegt, ne? Ja. Und kein Blut da ist. Ey, das war... Das Problem war, ich bin hängen geblieben danach. Irgendwie hat mich liegen geblieben. Du. Ja, ich stand genau am Eingang. Ernsthaft? Echo? Echo, du hast ein ernsthaftes Problem, glaube ich. Nein. Oh. Oh, Hilfe. Das war so gut nach dir. Es kamen alle rein, ne? Einer nach dem anderen. Alle tot. Haha. Ich war der Erste im Hof, der gestorben ist. Ich hoffe, mir ist alles in Ordnung. Ich bin nicht verrückt. Meine Mama hat mich testen müssen. Deine Augen. Das glaube ich dir. Ja. Richtig, Dave. Richtig. Richtig. Alles unwürdig hier. Richtig. Richtig. Das ist elementares Grundwissen. Was? Sheldon Cooper? Weiß ich. Das kann man noch zu langsam. Ah, ich bin detektiv. Ich wollte gerade erschießen, Dave. Ich häng fest. Captain, du Sau. Oh. Ah. Ich bin mit Tornow alleine. Ja, aber hier ist aber nichts drin, oder? Hier ist doch eine Winchester. Na, ich habe noch mal alleine. Das Weifel ist für'n Arsch. Ich bin im Turm und komme hier nie wieder raus. Im Turm? Das ist keine Winchester, das ist ein Double Barrel. Ja, okay, okay. Aber die ist auch kacke eigentlich. Im Turm muss ich aber nach unten dann, ne? Aber ich habe dich nicht erschossen. Ja, ja. Damit du Bescheid weißt. Ist registriert worden. Oh, ich habe dir eine Waffe angewiesen. Ja. Ist registriert worden. Ist registriert worden. Haha. Boah, erst mal ein Happen-Essen. Schwerde. Schwerde vor Volk. Ne, das ist Ölchen. Was? Ey, ey, ey. Hilfe. Ja, ich habe doch nur den Namen erwähnt. Ja. Schießt wir hinterher? Nein, nein, ich gehe weg. Gleich kommt der Spruch, er zielt auf mich. Er zielt auf mich. Schießt, komm dich doch nicht schießen. Echo ist hier. Ich bin mit Tonno hier. Oh, jetzt schießt er, ich schieß mir egal. Gibt dieser Mob? Ich hänge immer noch fest. Ah! Oh, hier. Komm ich nicht raus. Aber hier geht's durch, ja? Ja. Kommst du mit? Ja, aber Echo war vorhin auch noch hier. Ja, ich gehe aber lieber. Ich bin lieber alleine. Geht mal alle weg von mir. Tonno, kommst du? Ja. Ah, okay. Warte. Wurdest du angeschossen? Warte. Ja. Da geht's raus. Ah. Okay, haben wir irgendwas verpasst hier? Ich weiß nicht. Da hinten läuft dann in Richtung Wasser. Ah! Echo? Was ist denn noch jemand? Nee, ist keiner. Ich glaube in das Haus kann man auch nicht, ne? Nee, nur in die Häuser, die hier mit dem Hof sind. Braucht mal ein bisschen Muni hier. Aha. Ja. Ja. Ich hab, ich hab zwar ne Schrot, aber nur mit 8 Schuss. Wo bist du denn? Ich bin noch am Wasser. Hier hinten ist auch, äh, hier die zweite Tür. Die hier? Ja. Hülfe rennt mir nach. Hülfe! 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 Hülfe schießt er auf mich. Der hat angefangen, die Saal. Hauert du. Luder. Ich lass mich jetzt in Ruhe. Du hast wenig. Ich werde dich nicht weiter beschießen. Ich geh jetzt weg. Das reicht mir. Du musst auf jeden Fall irgendwann sterben. Hey! Da schießt er auf mich hier. Der Käpt'n war es. Dann schießt den Käpt'n ab. Der ist im Haus. Wenn ich da reinrenne, bin ich tot. Warte. Du Arschloch! Das ist genauso wie wenn ich mit dem Unico reingrenne. Pass auf. Hier hinten hab ich nämlich noch einen. Wir haben ja zwei Traitor. Ja. Dann ist Echo auch einer. Wo ist der Echo? Jetzt tot. Das ging aber schnell. Dann gehen wir da rein. Pass auf. Ja, aber wie? Der ist bestimmt direkt in der Nische drin. Ähm, wir sagen nicht wann wir gehen. Also wir machen das irgendwann. Ist der tot? Komisch. Was ist denn hier los? Äh, äh, äh. Oh, was ist das? Ich bin sauer. Inno! Inno! Ich bin Inno! So siehst er aus. Okay, Echo ist bei mir. Gleich nichts mehr sag. Ja. Hat aus einem Grund. Hat aus einem Grund. Tadam! Ey, das war... Ey, das war... Geh rein und dann bin ich tot. Das Problem war, ich bin hängen geblieben danach. Irgendwie hat mich liegen. Ja, ich stand genau am Eingang. Ernsthaft? Echo? Echo, du hast ein ernsthaftes Problem, glaube ich. Nein. Oh, Hilfe, das war so gut nach dir. Es kamen alle rein, ne? Einer nach dem anderen. Alle tot. Ich war der Erste im Hof, der gestorben ist, alles in Ordnung. Ich bin nicht verrückt, meine Mama hat mich testen lassen. Deine Augen. Das glaube ich dir. Der ist ein cooler. Richtig, Dave. Richtig. Richtig. Alles unwürdig. Alles unwürdig. Richtig. Das ist elementares Grundwissen. Was Schellen Cooper, was ich? Das kam aber zu langsam. Ach, ich bin die Tekken. Ich wollte dich gerade erschießen, Dave. Alter, sagt er wieder ganz eiskalt. Captain, du Sau. Ich bin mit Tonno alleine. Ja, aber hier ist aber nichts drin, oder? Hier ist doch eine Winchester. Ich bin noch mal alleine. Das Weifel ist für'n Arsch. Ich bin im Turm und komme hier nie wieder raus. Im Turm? Das ist keine Winchester, das ist ein Double Barrel. Ja, okay, okay. Aber die ist auch kacke eigentlich. Im Turm muss ich aber nach unten dann, ne? Aber ich hab dich nicht erschossen. Also, damit du Bescheid weißt. Ist registriert worden. Boah, ich hab dir ne Waffe angemogen. Ja. Ist registriert worden. Ist registriert worden. Boah, erst mal ein Happen-Essen. Schwerde. Schwerde vor Volk. Ne, das ist Öhrchen. Was? Ey, ey, ey. Hilfe. Ich hab doch nur deinen Namen erwähnt. Ja. Nein, nein, ich geh weg. Gleich kommt der Spruch, er zielt auf mich. Er zielt auf mich. Komm dich doch nicht schießen. Echo ist hier. Ich bin mit Tonno hier. Alter, jetzt schieß ich. Ist mir egal. Ich hänge hier immer noch fest. Ah! Oh, hier. Komm ich nicht raus. Aber hier geht's durch, ja? Ja. Kommst du mit? Ja, aber Echo war vorhin auch noch hier. Ja, ich geh aber lieber. Ich bin lieber alleine. Geht mal alle weg von mir. Tonno, kommst du? Ja. Ah, okay. Was ist das? Warte. Wurdest du angeschossen? Ja. Da geht's raus. Ah. Okay, haben wir irgendwas verpasst hier? Ich weiß nicht. Da hinten läuft dann in Richtung Wasser. Echo? Bist du noch jemand? Ne, ist keiner. Ich glaube, in das Haus kann man auch nicht, ne? Ne, nur in die Häuser, die hier mit dem Hof sind. Braucht mal ein bisschen Muni hier. Aha. Ich hab zwar eine Schrot, aber nur mit acht Schuss. Wo bist du denn? Ich bin noch am Wasser. Hier hinten ist auch, äh, die zweite Tür. Die hier? Ja. Hilfe rennt mir nach. Jule! Hilfe. Hilfe. Hilfe schießt er auf mich. Der hat angefangen. Hau ab zu. Luder. Ich lass mich jetzt hin, Rudus. Wenig. Ich werde dich nicht weiter beschießen. Ich geh jetzt weg. Das reicht mir. Du musst auf jeden Fall irgendwann sterben. Hey! Da schießt er auf mich hier. Der Käpt'n war es. Dann schießt den Käpt'n ab. Der ist im Haus. Wenn ich da reinrenne bin ich tot. Warte. Du Arschloch! Das ist genauso wie wenn ich mit dem Unico reingrenne. Pass auf. Hier hinten habe ich nämlich noch einen. Wir haben ja zwei Traitor. Ja. Dann ist Echo auch einer. Wo ist der Echo? Jetzt tot. Das ging aber schnell. Dann gehen wir da rein. Pass auf. Ja, aber wie? Der ist bestimmt direkt in der Nische drin. Ähm, wir sagen nicht wann wir gehen. Also wir machen das irgendwann. Der tot? Komisch. Oh, Torno. Torno, was war das denn? Was denn? Ich hab ja keine Muni mehr. Ich wusste mich irgendwie rausreden. Du hast mich angeschossen. Ich hab nicht zurückgeschossen. Käpt'n du... Du alten... Weiß ich nicht, äh... Warum erschießt du mich denn bitte schön hier? Du alten Kämpfer, ey. Da gehst du doch nicht. Ey, Torno, hast du mich echt in die Höhle des Löwen geschickt? Aber sowas von... Mein Plan war... Da bin ich mal gespannt. Geh! Geh doch mal da rein! Da hast du Munition! War da gut gespielt oder nicht? Leute, pass auf. Also du... Du bist hier an Öhrchen vorbeigelaufen, ohne irgendwas zu sagen. Und Torno hab ich vertraut, weil er mich nicht abgeschossen hatte. Weil gründet das du der Traitor bist. Oh, ich bin so gemein. Du bist super kalenzähig, ne? Und der Käpt'n ist voll der Camper, ey. Der saß die ganze Zeit nur in... Ich bin nur rein, ich seh die Käpt'n da sitzen, da komm, schick dir Nico mal rein. Ich kann dir nie wieder vertrauen. Das war mentale... Das war mentale... Genialität. Aber als du ihn gesehen hast, war's mir sofort klar, ne? Aber das Schöne ist, du hast nur gerufen, der Käpt'n ist es. Innocent. Genau. Weshalb ich auch die Schuld auf mich geschoben habe. Oh, die Runde, die Runde hat mir richtig gefallen. Bin Traitor. Ich hab auch meine Leiche schön direkt neben Dave gesetzt. Vor allem erst fällt Nico auf mich rein, dann der Höfe. Höfe, hilf mir auch noch, er schießt Echo. Ja. Echt man. Es gab Hinweise, Höfe. Vor allem, weißt du, der schießt auch... Ja, weil du... Weil du Örchen einen Hinweis hast und ohne irgendwas zu sagen. In der Aufnahme. Ach ja, hier tun sich aber da richtig große Abgründen auch. Wenn ich als äh... Örchen, Örchen, rechts neben dir... Weißt du, wer ist das, Echo? Bin der Käpt'n. Käpt'n? Das ist hier Torno, verpiss dich. Du kämpfst doch wieder da oben. Bist Detective. Örchen ist auch da, also falls irgendwas ist, dann äh... Bist Detective, komm hier. Ja, das ist Örchen. Naja, lutsch mein... Was? Was? Jetzt in der Aufnahme. Ich hab auch ein Glas Innocent Saft, wenn du möchtest. Woah, 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 woah. Ja, den Sterbogen hab ich heute auch gern von dir. Echo? Also wenn ich sterbe... Echo spring runter. Ich bin im Haus drin. Nee. Örchen sei drauf. Das hatte ich schon mal. Woah, hör auf mit dem Mut. Ich glaub, Tonno und Örchen sind das. Okay, Echo leuchte ich dir. Das ist gut. Hau ab da gut. Woah, Echo! Das war das? Was war das? Echo ist es. Der Dave hat auf mich geschossen. Nein, Echo ist es. Weil der Dave auf mich schlief. Woah, woah. Warte. Okay, Leute. Ja. Du müsst jetzt mitkommen. Echo war's. Ihr lost vor mir bitte. Wenn du plötzlich weglaufen von hier. Ihr seid vor mir jetzt. Halbtot. Daher kommt. Nico! Okay, Nico ist es. Hey, du warst schon tot! Ich bin Detektiv. Ja, ich weiß. Alle auf den Nico. Ich werd dich nicht abballen. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Die Nico kämpft bestimmt wieder in so einem Häuschen oder so. Kannst du auch rein noch irgendwas aufsammeln? Nein, ich muss mir erstmal ein Radar kaufen. Hilfe, du hast doch Radar. Kannst du Radar kaufen? Wir haben nur noch zwei Minuten. Dann lass uns doch irgendwo in ein Haus gehen. Und warten bis uns jemand holt. Ich war's nicht. Nico ist es. Ich war's nicht. Nico ist es. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Nico ist es. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Nico. Und man lebt doch vorher nach. Nein, das war die Pocket Rifle. Mit der schießt du und dann muss er sofort wieder... Ja, das ist selber schuld. Ich weiß nicht. Siehste? Nicht mal als innocent. Ey, Echo, du Sau. Weißt du, den hat auf mich geschossen. Also ganz ehrlich, die Folge war schon eine meiner Lieblingsfolgen mit der Traitor-Runde. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Traitor-Runde war geil. Aber nicht mit der Grafik. Ich glaub, ich färb das nachher einfach ein. Nein, das muss schwarz-weiß bleiben. Schön die Nachbearbeitung reinhauen. Also ich hab nichts gegen einen schönen Grafik. Einen schönen Grafik? Einen schönen Grafik. Ein schönen Grafik. Paddouts. Andry Agassi hat ja jetzt auch seinen Namen geändert, ne? In Grafiker. Hahaha. Das ist der witzig. Vor allem ist der wieder flach. Ja, der war verdammt flach. Musste hoch springen immer. Rassiert dir sonst die Beine weg. Häpp. Nico, ne? Das ist ein Echo. Alter, du bist doch... Retro-Spieler, du... Ey, wow. Der Käpt'n schießt auf mich. Ich weiß. Doch, Rache. Hab ich dich getroffen? Dave Crowe. Ja, hast du. Lol. Innocent. Dono. Da ist der Öhrchen. Dono zielt auf mich. Alter, wie sieht man schnell auf dich zielen? Hau alle ab hier. Öhrchen? Ja, ja, Crowe. Dir vertraue ich nicht. Was? Hilfe. Kann auch nicht wahr sein. Warum bist du verletzt? Hilfe, warum bist du gleich tot? Hahaha. Alter, ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch auch nichts gemacht. Das hört doch mal auf, das hat mir ein bisschen Spaß gemacht. Hier schießt den, der jetzt am Wasser ist. Wer ist es? Das bin ich. Hey, schau ab jetzt. Der ist übrigens dran. Hallo? Der schießt auf mich? Der war das nicht geschossen? Warum auch immer. Beide verletzt. Ja, ich hab einmal Echo kurz eingehittet, weil ich wissen wollte. Was ist das denn für eine Aussage? Der hat auf mich geschossen. Der hat auf mich geschossen. Der hat auf mich geschossen. Da kann ich jetzt wirklich nichts für. Da hab ich nur verteidigt. Ach so ist das, ja. Ich hab auch nur noch 18 Leben. Das heißt also, der Traitor kann jetzt zu mir kommen und mich abschießen. Außer du bist der Traitor. Und du spielst. Der ist sofort gelaufen, wenn ich ihn rufe. Aha. Willst du mich verarschen? Du bist gerade... Ich hab gerufen... Alter, ich häng fest. Alter. Wo hängst du denn? Da bist du doch. Ja, ich hab mit Echo festgehangen. Geht weg. Passt mich alle in Ruhe. Da ist Tonno und da ist ein Echo. Wo sind sie denn noch? Da ist Echo. Echo? Echo? Geht weg. Alter, ich renne immer versehentlicherweise in die scheiß Häuser rein, ne? Ja, das ist richtig. Ja, ja, Tonno. Das glaub ich dir nicht. Alter, hau ab! Gib mir den Beweis, dass du's nicht bist. Gib uns den Beweis, dass du's nicht bist. Okay. Ehrlich. Der, äh, der, der Käpt'n ist es. Der Käpt'n? Erschieß den Käpt'n jetzt einfach. Wenn du mich erschießt, er... Er hat er erschossen. Wer hat... Wer hat Erchen erschossen? Wer hat Erchen erschossen? Wer hat Erchen erschossen? Dann kann's nur Tonno bewegen sein. Hilfe. Die Sau. Ich war's nicht. Booyah! Booyah! Wieso bist du nicht tot? Ich hab's doch gesagt, dass... Ich hab glaub ich nicht mal ne Sekunde gelebt, ne? Ja. Du hast mich angeguckt und ich hab dich direkt erschossen. Ja, ja, ja. Hier. Vorne, komm mit. Vorne. Vorne, hier. Hier, warte. Ja, voll... Ich dachte, das hilft vielleicht. Weil... Ich schieß jetzt auf den, der am Wasser steht. Warum... Ja. Ja. Kann man sein. Oh, ich hab'n Grafik. Man... Man schießt mich einfach so. Ein Grafik. Seid du bist Traitor. Ja, Tonno. Das war voll random. Was war das denn? Ja. Ich hab' nur gesehen Detective. Das passt wunderbar. Das hat mir voll in die Karten gespielt. Voll, der tut mir auch untersuchen, wer ich bin. Ja, äh, zweimal schon ne schöne Traitor-Runde, muss ich sagen. Ja, ja. Lach dir doch ins Fäustchen. Ja, ja, Mario. Hm, wer ist das? Oh, das Öhrchen? Öhrchen ist Detective? Ich bin Detective. Ich bin unantastbar. Bis die Traitor kommt. Das heißt, bei Öhrchen ist man sicher. Oh Gott. Echo? Mach keinen Scheiß hier. Echo ist bei mir. Ich hab' nur ne Crowbar. Ja, da hinten kommt Hilfe und Käpt'n. Wir gehen auch schon zusammen? Okay. Hm. Hilfe ist, Hilfe ist immer ganz, ganz gefährlich. Pew hat eine ganz kurze Waffe. Das ist eine Winchester. Die kann man finden. Zeig, Zeig. Zeig mit dein Gesicht. Hm. Ich kann sie auch hinlegen. Wie kannst du ihn aufheben, wenn du willst? Also, du legst sie hin? Mach den Innocent Move. Warte, ich leg noch mal ne andere Waffe weg. Mach den Innocent Move. Du willst mich erschießen. Innocent Move. Ja. Okay. Ich erschieß dich. Peng Peng. Peng Peng Peng. Ja, ja. Ich vertraue dir jetzt. Peng Peng. Peng Peng. Pewl Pewl. Wo bist du denn dann? Echo. Dave. Das ist Dave. Innocent Move. Ja, warte, warte. Echo, was ziehst du so auf mich? Wie? Wie nochmal, Dave? Ich. Du bist der Hülfer. Was schießt du denn? Die Hülschen ist weg. Dave von Tonno. Sobald ich Hülse irgendwie am Leben sehe, erschießt die Hülse. Dave von Tonno habe ich gerade gehört. Dave von Tonno. Ja. Und der hat mal gleich noch die Hälte-Touch. Ne, ich bin irgendwie... Ich sehe nicht durch, wo ich bin. Probe, wie sind wir jetzt? So, jetzt bin ich wieder unter den Lebenden hier. Im Haus. Echo. Hinter dir. Hinter dir. Ist einer ins Haus gehandelt. Hinter mir. Hm. Geh mal vor. Na, huh. Warte. Ja, wo sind denn jetzt Dave von Tonno? Ach, tatsächlich. Da hinten. Verdauts. Verdauts muss erschossen werden. Egal was ist. Hallo. Oh, Reflex. Entschuldigung. Geh gucken, ob er es war. Geh gucken, ob er es war. Ne, war Innocent. Scheiße. Das war doof. Was gerade auf mich geschossen hat. Was. 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 Was.